Ich lerne Deutsch. Nummer 3942 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Wissenschaft löst alles. Man braucht nur Zeit zum Testen. Das Ergebnis ist nahe. Die Wissenschaft löst alles. Man braucht nur Zeit zum Testen. Das Ergebnis ist nahe. Die Wissenschaft löst alles. Man braucht nur Zeit zum Testen. Das Ergebnis ist nahe. Das Training war für uns beide ein Erfolg. Wir haben uns um einige Sekunden verbessert. Das Training war für uns beide ein Erfolg. Wir haben uns um einige Sekunden verbessert. Das Training war für uns beide ein Erfolg. Wir haben uns um einige Sekunden verbessert. Während meiner Reise habe ich viele europäische Länder von Dänemark bis Spanien besucht. Während meiner Reise habe ich viele europäische Länder von Dänemark bis Spanien besucht. Willst du mir etwas sagen, oder wieso siehst du mich so an? Willst du mir etwas sagen, oder wieso siehst du mich so an? Willst du mir etwas sagen, oder wieso siehst du mich so an? Ich teste gerade ein neues Gesichtsserum, das meine Haut schöner aussehen lassen soll. Ich teste gerade ein neues Gesichtsserum, das meine Haut schöner aussehen lassen soll. Dies ist mein erstes Mal auf einer Kinderrutsche. Brainstorming ist eine Methode, in kurzer Zeit möglichst viele Ideen zu einem Thema oder Problem zu sammeln. Heute Morgen ist der erste Schnee gefallen. Ich habe vor vier Wochen Winterreifen aufgezogen. Wenn ich so lange am Bildschirm arbeite, ermüden meine Augen. Es wird wieder Zeit, dass ich mich um meine Wäsche kümmere und sie in die Waschmaschine packe. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir leben weit voneinander entfernt, aber wir sind immer miteinander verbunden. Wir leben weit voneinander entfernt, aber wir sind immer miteinander verbunden. Wir leben weit voneinander entfernt, aber wir leben weit voneinander entfernt, aber wir leben weit voneinander entfernt, aber wir sind immer miteinander verbunden. Bald ist Erntezeit. Bald ist Erntezeit. Was wächst auf diesem Feld? Kannst du mir das sagen? Durch das tägliche Laufen bleiben wir in Kontakt und sind beide fit. Wir stehen kurz vor der Eröffnung. Wir stehen kurz vor der Eröffnung. Wir stehen kurz vor der Eröffnung. In wenigen Tagen werden die letzten Arbeiten abgeschlossen sein. Beim Rollerfahren musst du dich mit beiden Händen gut am Lenkrad festhalten. Beim Rollerfahren musst du dich mit beiden Händen gut am Lenkrad festhalten. Wir verwenden in der Schule Tafeln, die uns das Rechnen erleichtern. Für heute ist genug Brennholz da. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Für heute ist genug Brennholz da. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Für heute ist genug Brennholz da. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. machen. Das heutige Treffen mit meinem Chef ist wichtig, also muss ich einen guten Eindruck machen. Das dürfte nicht passieren. Ich habe völlig unprofessionell reagiert und ihn angeschrien. Das dürfte nicht passieren. Ich habe völlig unprofessionell reagiert und ihn angeschrien. Unsere kleine Tochter bringt den Sonnenschein in unser Leben. Unsere kleine Tochter bringt den Sonnenschein in unser Leben. Unsere kleine Tochter bringt den Sonnenschein in unser Leben. Ich möchte mir ein Elektroauto kaufen, aber wir haben keine Ladestation in der Nähe. Das Aufladen über eine Kabeltrommel ist nicht möglich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.